Musik Jo, halli hallöchen liebe YouTube-Userinnen und User, hier ist wiederum Miss Testerin und zwar mit einem weiteren Video. Es geht vor allem um das Giveaway, aber auch um die 1000 Abonnenten, die ich jetzt schon erreicht habe. Es sind jetzt 1015. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich die 1000 jetzt erreicht habe. Man ist jetzt schon etwas größer gewachsen. Wie gesagt, das Ding hat mir dabei sehr geholfen. Ich werde dann auch seine Sachen bald losschicken. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Sorry an dich. Ja, also ein Paket wartet auf dich. Dann haben wir hier ein paar Leistungen schon geschafft. Ich würde sagen, hochgeladene Videos über 188, auch über 190. Ich denke, ich habe schon einige gelöscht, damit ich den Durchblick etwas behalten kann. Videoaufrufe sind jetzt schon über 85.000 Stück. Das ist der Wahnsinn. Favoriten 10. Das interessiert euch aber nicht. Kanalaufrufe schon fast 20.000. Das ist jetzt nicht so viel. Das zeigt mir aber, dass ihr mehr meine Videos schaut, als dass ihr über meinen Kanal auf mich kommt. Also, dass ihr mehr durch die Suche direkt auf meine Videos kommt und nicht über meinen Kanal da rüberkommt irgendwie. Keine Ahnung, wo das liegt. Da haben andere mehr. Das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Abonnenten 1015. Ja, das ist eigentlich auch der Anlass für dieses Video so ein bisschen. 1.000 Abonnenten, finde ich persönlich, ist schon so ein... Naja, man wird schon etwas größer, würde ich sagen. 1.000 Stück, das ist... Ja, da hätte ich in einem Jahr wirklich noch nicht dran gedacht. Ich hätte gedacht, ja, pff, schau mal halt mal, ne? Von dem Jahr hatte ich vielleicht 5 oder 15. Da hat natürlich das Ding sehr geholfen. Werden ja vielleicht die ersten Abonnenten auch wissen. Jo, dann wegen den App-Reviews. Schreibt wirklich in die Kommentare, welche Apps ich reviewen soll. Ich habe jetzt schon ein Video über Burn the Rope gemacht. Das wird dann auch im Februar hochgeladen. Das heißt, übermorgen oder über-übermorgen oder über-über-über-übermorgen, wie auch immer. Es wird die Zeit zeigen. Schaut selbst nach, wann es hochgeladen wird. Ich hoffe, ihr schaut meine Videos fleißig. Ich hoffe, ihr schaut die App-Reviews fleißig. Schreibt wirklich runter, welche App-Reviews ich machen soll. Ihr müsst dabei gedenken, ich habe ein iPhone 3GS, kein iPhone 4 und auch kein iPad oder was auch immer, was da einige sich erträumen oder was ich mir so erträume. Nein, ich habe ein iPhone 3GS. Und deswegen müsst ihr schauen, welche Apps ich auch nur reviewen kann. Ich kann da nicht alles reviewen. Jo, also schreibt wirklich in die Kommentare, welches ich reviewen soll, bevor ihr es euch kauft. Also spart ihr euch vielleicht auch Geld, wenn es feuerer Müll ist. Ich bin für alles offen. Ich würde alles ausprobieren, was ihr unten reinschreibt. Wie gesagt, Burn the Rope habe ich jetzt schon gemacht. Das braucht ihr nicht reinschreiben. Ja, ich kann auch noch Neon Night, oder wie das heißt, ein Review drüber machen. Okidoki, jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen, und zwar die Giveaway-Auslosung von dem 900- bzw. 1000-Abonnenten-Giveaway. Das nächste Giveaway wird folgen. Ich kann euch jetzt schon eins sagen, da werde ich die Paintball Gun verlosen. Ich habe auch noch ein paar Bälle da, nicht mehr so viele, aber das werdet ihr dann sehen. Fangen wir jetzt einfach mal an mit der Auslosung. Hier habe ich das schon mal vorbereitet. Es sind wirklich ziemlich viele, 15 Seiten. Ihr seht also, ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt. Ich habe das jetzt nicht irgendwie mir ausgedacht, wer gewonnen hat, sondern mich wirklich herangesetzt und jeden Einzelnen kopiert. Ihr schaut dann mal, ob sie noch unter den Favoriten sind. Einige musste ich rausschmeißen, weil sie entweder nicht zuhören können oder nicht zuhören wollen. Ich füge die jetzt einfach hier in einem List-Randomizer ein. Und der Erste hat dann natürlich gewonnen. Jetzt ist es natürlich spannend. Wer hat gewonnen? Wer gewinnt die ganzen Preise? Wer bekommt von mir ein Paket zugeschickt? Ja. Wer hat das 1000 Abonnenten-Giveaway, das 900.000 Abonnenten-Giveaway gewonnen? Wer hat sich am meisten dahinter geklemmt und die meisten Kommentare geschrieben? Wer hat eine Videoantwort gepostet? Jetzt kommt es wirklich drauf an. Wer hat gewonnen? Und das hat... Gewonnen hat... Schaus-Lort 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 Keine Ahnung, Schaus-Lort Kenne ich nicht, keine Ahnung, wer das ist. Ich sitze jetzt nochmal alle hier durch, damit keiner sagen kann, äh, ich fehle ja. Natürlich, die fehlen, denen kann ich das auch erklären, warum die fehlen. Entweder haben sie die Favoriten hingeschrieben, dann keine Favoriten gezählt. Äh, keine Favoriten gemacht oder zu früh gelöscht. Ich habe jeden einzelnen Kommentar durchgelesen und auch nachgeschaut. Hier seht ihr den immerhin alle. Das heißt, ich habe über, ja, sechs, neun, siebenhundert, neunundfünfzig Leute. Also, er steht auch hier als letztes. Das ist ja lustig. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Als letztes und als erstes, schreibt mich an bis zum Mittwoch, damit ihr das Ganze dann bis zum Wochenende wegschicken kann. Jo, herzlichen Glückwunsch an dich, alle, alle anderen. Wartet auf das nächste Giveaway. Wie gesagt, es gibt da die Paintball Gun. Vielen, vielen Dank auch nochmal an jeden einzelnen von den tausend Abonnenten. Jetzt ist es schon 1015. Jo. An alle Hundefans, wie gesagt, Hundekanal, wisst ihr jetzt hoffentlich schon alle, es sind schon viele rübergegangen. Ich glaube, es sind jetzt schon 64 Abonnenten, ich weiß es nicht. Video habe ich auch schon gemacht. Es gibt Fotos, das nächste Video ist produziert. Mir fehlt nur noch das Intro, was mir freundlicherweise von Mr. Intro gemacht wird. Links unten in der Beschreibung. Okay, das soll es jetzt aber gewesen sein. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich oder mich und ciao.